Was ist das für ein Ort? Hier sollen sie Alans Kater beerdigen. Daddy, geht es Judge gut? Ich will wissen warum. Ich habe meine Gründe. Ich habe geträumt, dass er von einem Lasten überfahren worden ist und du und Mr. Crandall habt ihn auf dem Kippel-Tuch begraben. Was haben wir heute Nacht getan, Judge? Was heute Nacht geschehen ist, darf niemand erfahren. Mögest du in Frieden ruhen im Reich Gottes? Da hat dort schon mal jemand einen Menschen begraben. Möge dein Leib zu Asche werden, denn aus Asche bist du. Diese Gedanken sollten sie nicht haben. Hekko hat gesagt, dass Daddy was ganz Schlimmes tut. Sie wollen ihren Sohn da oben hinbringen. Leugnen Sie es nicht. Komm zurück zu mir, Gage. Komm zurück zu uns. Millionen kennen den Bestseller von Stephen King. Jetzt kommt der Film. Friedhof der Kuscheltiere KommtBRPP Foundation. Zehlein. pornography. paint roz. Wir beteiligen. wir bei uns. 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 Vielen Dank.